Freunde des gepflegten Unterhaltungsprogramms Hör aufs... 1, 2, 3 auf Schweizerdeutsch, geben wir es einem Schweizer War das gut? Ja, nein, ich übertreibe es Let's go! Ich glaube, so viel Energie Wie in diesem Moment Das geht nicht Was? Du bist auf meiner Seite, das ist meine Schockeseite Oh come on Ich habe gesagt, du willst oben stehen Nochmal von vorne Die ganze Energielevel ist gerade so da unten Nochmal von vorne Wir haben so einen Content Overlord Wir haben so viel Energie, wir haben euch so viel zu zeigen Es wird so viel Spannendes passieren Es ist vor allem auch so viel Spannendes passiert Genau, weil es weiss noch nicht jeder, was alles passiert ist Weil es sind so viele Leute dazugekommen Ja, ich weiss es selber zum Teil noch nicht Von mehr als einem Jahr sind wir losgereist Wir haben so viele Länder bereist Und sind ans andere Ende dieser Welt Ich glaube es gibt kein anderes Ende dieser Welt Okay, einfach auf der anderen Seite Es ist rund, oder? Es ist auf der anderen Seite und es ist so schön Und es ist traumhaft schön Jetzt kommt wieder das Bild, das wir immer zeigen Ja Und dann haben wir Saturday und Sunday Aus dem Boden gestampft Der YouTube Kanal Wir sind auf Instagram Wir haben im Falle einen Blog Haben Sie schon mal unseren Blog? Ja, lesen wir mal unseren Blog Weil ich schreibe mir Übrigens neue Dings Auch auf www.samstagundsonntag.ch Oder www.samstagundsonntag.ch Für die Rollen Gut, und dann Was haben wir denn gemacht? Und dann sind wir zurückgekommen Haben alles abgebrochen Und haben unsere eigene Firma Grüne mit Gas für Papierkraut Oh Ja, das ist schön hochgekommen Eigentlich habe ich gedacht Das sieht mega schön aus Das steht ja gar nicht drauf Ja, und ich habe eigentlich gedacht Das hat das zum gruen Effekt So Einmal so hochschmeissen Im Slow-Motion Aber es sieht gar nicht cool aus Aber es ist mir schrungen Aber jedenfalls Nachdem wir unsere Firma gegründet haben Ist umso mehr viel Spannendes passiert Ich meine Was haben wir gemacht? Wir haben so viel gemacht Dass wir die Hälfte vergessen haben Wenn wir eben zu wenig aufgezeichnet haben Und zu wenig auf YouTube gemacht haben Für meinen Geschmack Wir möchten noch viel mehr Zeit Investieren in diesen Kanal Genau Und euch immer mitnehmen Nicht nur bei den Highlights Wie zum Beispiel Wo man mit den grössten Fischen der Welt Über 12 Meter Wallhaien ins Wasser gesprungen sind Highlight Und Wir sind im Badmattel durch Baden gerennt Die Hälfte Die Hälfte Die Hälfte Die Hälfte Die Hälfte Die Hälfte Jetzt müssen wir ein Fussbad nehmen Ja Jetzt müssen wir ein Fussbad nehmen Ja, super zu Baden Oder Betrunken Nein Nein Ein, zwei Gläser Mit dem DJ Ötzi Gepflegt Auf dem Schifftrunken haben Es war echt Ich sag's nochmal Magic Also fast so kuschelig Wie die Situation jetzt gerade da Genau So nach sind wir Die zwei Feier Schaut sich das an Aber wieso machen wir das Video Wir haben im Titel geschrieben Veränderung Etwas Neues Anders Genau Was ist unsere Veränderung Unsere Wohnung ist immer noch die gleiche Wir haben sie immer noch nicht fertig eingerichtet Weil wir nie zu Hause sind Ist sie nicht fertig eingerichtet? Ist sie nicht zufrieden? Nein, sie ist sehr leer Hallo? Es ist leer Ja Egal Ehm Jeder von uns Es läuft ganz viel Vor allem in der nächsten Zeit Wir reisen nach Vancouver, Kanada Nach San Diego Nach Las Vegas L.A. Hawaii Unser absoluter Trauma Und in Las Vegas heiraten wir nochmal? Nein, sind wir ja schon Geheiraten Wir haben einen alten Sack Aber ihr kommt mit An jeden Tag An jede Situation Wir wollen viel mehr Videos machen Viel kürzere Videos Damit ihr sie nebenbei schnell schauen können Dabei sind Und alles live und aktuell erfahren Jetzt hast du alles gesagt Und ich kann gar nichts mehr sagen Dann sag du Tschüss Tschüss miteinander Bis morgen Echt? Bis morgen? Du hast gesagt wir machen mehr Videos Okay Bis morgen Und Wenn ihr das nicht verpassen wollt Und dabei sein wollt Dann müsst ihr den Kanal abonnieren Go 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 Go